Vergrößern, verkleinern Kasim Edebali trägt in Zukunft das Trikot der Chicago Bears Urheberrecht Getty Images nächste NFL-Station für Kasim Edebali. Der deutsche Linnebaker findet nach einem halben Jahr ohne Engagement einen neuen Arbeitgeber und wird verpflichtet. Neuer Klub für Kasim Edebali. Der deutsche Linnebaker trägt in Zukunft das Trikot der Chicago Bears. NFL-Insider Ian Rappuput gab dies via Twitter bekannt. Edebali selbst retweetete den Eintrag Twitter.com-Rapschied-Status-1004827240725712896 für den Hamburger ist es im vierten NFL-Jahr bereits das sechste Team. 2014 wurde der 28-Jährige von den New Orleans Saints als undrafted Free-Agent verpflichtet. Bis zu seiner Entlassung im Jahr 2016 kam er in 48 Spielen zum Einsatz. Edebali brachte es auf 54 Tackles und 8 Sacks. Im letzten Jahr wurde der Linnebaker von den Denver Broncos nach neun Spielen entlassen. Nach einer kurzen Episode bei den Detroit Lions, vier Spiele, wurde Edebali zuerst von den Los Angeles Rams, später erneut von den New Orleans Saints verpflichtet. Bei beiden Teams kam er nicht zum Einsatz. Seit Dezember 2017 war der Linnebaker ohne Vertrag. Edebali steht Mindestgehalt so durch das Engagement bei den Bears wird Edebali wieder mit Generalmanager Ryan Pace vereint. Dieser war 2014 bei den Saints im Amt, als der Deutsche erstmals von einem NFL-Team unter Vertrag genommen wurde. Punkt. In seinem fünften Jahr steht dem Linnebaker ein Mindestgehalt von 790.000 US-Dollar zu. Punkt. In seinem fünften Jahr steht dem Linnebaker ein Mindestgehalt von 790.000 US-Dollar zu.